So, auf geht's zum Schneidmarvenpark. Ich stelle jetzt noch kurz die Dynamikation ein und dann geht's los. Nach 50 Metern rechts abbiegen auf Bonnenstraße. Rechts abbiegen auf Bonnenstraße. Nach 200 Metern weiter auf Schönauer Straße. Laut Spulnapster fährt ca. 2 Stunden. Seit 30 Minuten muss man eigentlich angekommen sein. Aber ich habe ja in Pellberg mit 25 Kilometer pro Stunde. Das heißt, von der Heftel, die Heftel, die Heftel, die Heftel, die Heftel, die Heftel und die Heftel. Ich bin ein, die Heftel, die Heftel und die Heftel fahren. Das ist ja nicht ganz so schnell. Die Heftel, die Heftel, die Heftel und die Heftel fahren, die Heftel fahren. Das ist ja nicht so schnell. Ich hab die Kamera jetzt schon sehen, dass die Heftel fahren. Bitte kommen doch abbiegen. Oh, ja. Die Heftel fahren jetzt schon ausgerichtet. Wir haben jetzt schon ausgerichtet. Damit kommen wieder ein, wieder über die 30e Zeitbrücke, wo ich gefahren bin. Das war ja nur vom Depot zur S-Bahn Station. Und das hat ja nichts gebracht. Also, würde ich euch lieber hier mit den kleinen Nebenwirkungen zeigen. Schauen wir mal, was da ist. Jetzt haben wir auch die Wurzeln dabei. Und wir gehen direkt in die Karte fahren. Und wir gehen gleich wieder auf den Schnellen. Und hier auf den Schnellen. So, ich habe jetzt das schon mal angefangen. Und jetzt haben wir mal vor den Bahnen. Hier kommt dann der letzte Blitz. Und SnowRunner heißt auch nur. Und hier kommt die Bahn. Für die Wind ist ja sehr gut. Also, eine... Das ist nicht... Aber jetzt... Aber wir kriegen jetzt nicht dabei. Aber gut. Wie das denn da war der ist, kann man noch mehr filmen. Beziehungsweise die... Der eine... Der andere... Der Lefka... Ja nun... Na, den wir am Handy aufnehmen. Nach 200 Metern. Nach 200 Metern. Links am Biegen. Auf Amstetzerwald. Und bis Straße. Links am Biegen. Auf Amstetzerwald. Und bis Straße. Und bis Быle G آchen. Nach 300 Metern. Wir fahren noch Deutschland über den Biegen. Wir sind sehr... Man kommt mir auf einen Bereich Akadem, denn... dass ich im Kopf habe hochzun. Aber heute gibt es ja nicht so viel. Aber heute gibt es ja nicht so viel. So, jetzt haben wir den Tugnau-Ali-Wig. B316. 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 Nach 100 Sekunden bis später. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 Langs abbiegen auf Bundesstraße B317. Nach 200 Metern links abbiegen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020